Ich suche ihn, jenen Ort, an dem alle Träume in Erfüllung gehen. Das ist, als würde man in einem riesigen Gefängnis versauern. Da ist sie ja, Aoi's Achtklässler-Lyrik. Ja, ja, wirklich sehr witzig. Sag mal, bist du etwa ein Fan von mir oder so? Shin-no? Shin-no? Haben wir uns schon mal gesehen? Lass mich sofort hier raus! Du hast dein kleines Muttermal im Auge. Genau wie ich. Siehst du, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Nun, für Shin-no-Ski wird dieser Auftritt dann eine triumphale Rückkehr, was? Wenn du sagst, dass du in diesen Shin-no verliebt bist. Ja, bin ich! Ist das schlecht? Was? Nein, das wollte ich damit nicht. Es ist schlecht. Absolut unmöglich. Akane war die ganze Zeit alleine. Ich will mit dir zusammen sein. Spiel dich gefälligst nicht so auf in deinem Alter. Ganz schön enttäuscht. Die Armselig, einfach nur lächerlichen. Ich will niemals so werden wie du! Bitte nicht. Dann wird mein Shin-no verschwinden. Los, Au! Wir gehen! Ich mag dich, Shin-no. Aber ich hab doch auf! Akane über alles liebt! Ich bin gleich da! Akane! Ich bin immer auf der Suche. Ständig auf der Suche. Ich weine überhaupt nicht! Ein Frosch, der im Brunnen sitzt, kennt zwar das weite Meer nicht. Doch er kennt das Blau des Himmels.